Vor 35 Jahren hatte Apotheker Andreas Mohringer eine Idee. Er dachte, viele Arzneimittel sind in anderen EU-Ländern preiswerter als in Deutschland. Was lag also näher, die Originalpräparate zu importieren und sie in Deutschland preisgünstig anzubieten? Und die Idee trägt Früchte. Preisgünstigere Imporarzneimittel sparen deutschen Patienten und Krankenkassen etwa 300 Millionen Euro im Jahr. Was im Jahr 1975 als Ein-Mann-Unternehmen begann, hat längst eine ganze Branche begründet. Heute sichert der Arzneimittel-Import mehr als 10.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze unterschiedlichster Qualifikationen. Musik Jedes eurem Farm-Präparat ist ein Originalpräparat. Fast 1.000 Hände sorgen tagtäglich dafür, dass die importierten Arzneimittel nach den deutschen gesetzlichen Regelungen gekennzeichnet werden. Arbeit, die höchste Sorgfalt erfordert. Es begann 1975 mit einigen wenigen Produkten. Heute sind es rund 700 Präparate in über 1.800 Handelsformen. Musik Eurem Farm beliefert Großhandlungen und Apotheken pro Monat mit rund 500.000 Packungen. Dank modernster Versandlogistik schnell und zuverlässig. Musik Qualität und Sicherheit bilden das Fundament von eurem Farm. Jeder einzelne der rund 500 Mitarbeiter trägt dazu bei. Sozusagen als Qualitätsmanager in seinem Bereich. Musik Ein schönes Gefühl anerkannt zu sein. Mehr als 21.000 Apotheken und Großhändler in ganz Deutschland sind Partner von eurem Farm und nutzen die breite Servicepalette des Eurem Farm Plus Partnerprogramms. Musik Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Nach diesem Leitsatz engagiert sich eurem Farm seit vielen Jahren in sozialen Belangen. Zum Beispiel mit 50.000 guten Taten, allein im Jahr 2007. Gemeinsam mit deutschen Apotheken wurden 50.000 Euro für gemeinnützige Organisationen gesammelt. Unterm Strich können rund 80 Millionen Menschen von preisgünstigen Euren-Farm-Importarzneimitteln profitieren. Alle deutschen Patienten und Beitragszahler. Musik Kein Wunder, dass Deutschland gut lächeln hat. Musik 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 Vielen Dank.